So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich bin gestern einfach mit dem Handy in der Hand umgefallen. Ich lag so da dann auf einmal und plötzlich war alles weg und dann irgendwann bin ich zu mir gekommen und hab so gesehen, oh, der Raid-Boss ist besiegt, ich muss ja noch fangen, keine Ahnung. Also, die Jagd nach Mewtwo, nach dem 100% Mewtwo, verlangt mir einfach alles ab. Ich habe die ganze Nacht in, ich habe die Raid-Stunde in New York mal probiert, von 0 Uhr bis 3 Uhr. Dann hab ich 3 Uhr am Pier probiert, von 3 Uhr bis 4 Uhr 30 oder so und irgendwann war ich weg, keine Ahnung. Und immer natürlich, immer noch kein 100er, aber was soll's, man hat ja nebenbei noch Zeit, aber ich glaube, ich sehe schwarz. Aber ich darf nicht aufgeben. Was wäre es, 1000 Euro zu investieren, wenn dann am Ende nichts bei rumkommt und alle nach 10 Raids ihr 100er haben? Na, Jenti kann sich auf jeden Fall freuen, ne? Die wissen schon, wie sie es machen. Jetzt aber zum heutigen Thema, regionale Pokémon erstmal. Viele haben sich ja beschwert, dass sie an dem Kando-Tag gesagt haben, okay, da muss man die regionalen fangen, die sind jetzt in den Raids, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal lieber auf andere Sachen. Ich mache lieber Mewtwo-Raids oder ich möchte die Vögel oder ich möchte einfach meine anderen Herausforderungen zusammenschließen. Es hieß ja auch immer, ihr müsst an diesem Tag keinen einzigen Raid machen, ihr könnt auch in Ruhe die Tage danach raiden und eure Raid-Herausforderungen abschließen und so weiter. Ja, komischerweise standen die ja auch bei den Raid-Herausforderungen. Und komischerweise konnte man nur an dem Tag die regionalen Raiden am Kando-Tag, also in der Jentic. Danke für dieses eindeutige Statement dazu, dass man das da nicht raiden muss, man hat ja danach noch Zeit, das alles fertig zu machen und man kann auch an dem Tag einfach Schein nicht suchen und hin und her. Jetzt waren die weg. Der große Aufschrei war da, die Leute haben sich gesagt, ja, hä, mir fehlt jetzt doch noch Tauros, wie kriege ich denn jetzt das Tauros? Ich dachte, die sind in den Raids. Nichts. Jentic nimmt sich wie immer natürlich das Feedback der Leute zu Herzen und sagt sich, komm, ihr wollt die in die Raids, wir packen die wieder in die Raids. Alle Leute also, yeah, geil, die kommen wieder zurück in die Raids. Das ist richtig nice. Und was machen sie? Sie packen es in die Raids, aber nur in die jeweiligen Regionen. Sprich, ihr könnt kein Tauros bei uns raiden, ihr könnt kein Kangama bei uns raiden, ihr kriegt Pandimos in den Raids. Pandimos, was es bei uns auch wild gibt. Pandimos, was manche die letzten Tage eh wild gefangen haben und dann jetzt die Möglichkeit haben, es aus dem Raid zu ziehen. Kompletter Schwachsinn, meiner Meinung nach, kann ich nicht verstehen. Gut, sie sagen, ihr könnt jetzt natürlich auf die Fanrates zurückgreifen mit euren Freunden in fernen Ländern. Muss man davon ausgehen, dass jeder unbedingt einen Freund woanders auf der anderen Welt hat? Ich weiß es nicht, glaube ich nicht. Es wäre doch sinnvoll, gerade in der Kando-Woche, die in die Dreier zu packen, anstatt den Müll, der jetzt drin ist. Haben sie nicht gemacht, haben sie auch nachträglich nicht gemacht, aber da kommen wir wieder ins Spiel. Denn wenn sie schon sagen, man muss das jetzt über Fanrates machen, dafür machen wir heute Abend ja Raids für Zuschauer. Und wir haben abstimmen lassen auf der Seite, was ihr am meisten wollt. Pandimos hat die wenigsten Stimmen. Dann kam Porenda, dann kam Tauros, aber trotzdem ganz weit vorne Kangama. Deswegen heute Abend ab 18 Uhr. Raids für Zuschauer mit Kangama. Wer also noch einen Kangama braucht, guckt da rein, stellt euch an, macht mit, gönnt euch euer Kangama. Je nachdem, wie viel los ist, können wir vielleicht auch mal einen Tauros oder einen Porenda vermitteln. Oder wir werden uns anders einig, ne. Klick, klack, ne, ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Könnte man das so machen. Wir wollen ja auch eigentlich nur helfen und irgendwie zwingt ein der Jentiger dazu, euch das anzubieten, weil sie selber es ja einfach nicht hinkriegen oder machen. Und bei ihnen klingelt halt wieder die Kasse, weil die Leute dann wieder vermehrt raiden. Ansonsten muss man hierzu eigentlich gar nichts mehr sagen, außer, dass die Regionalen halt da sind. In den Raids, in ihren Regionen steht hier. Oh, ist das heftig. Dann wurde angekündigt, Jahreszeit der Legenden 2021, ne. Das wechselt alles jetzt wieder hier. Ihr seht, 1. März bis 1. Juni. März, April, Mai, Juni. Das ist ja richtig heftig, ne. 1. März, 8 Uhr bis zum 1. Juni, 10 Uhr. Neue Pokémon in den Raids. Ich will hier noch nicht mal darauf eingehen, so groß. Ihr seht nur hier Voreos, Voldelos, Demeteros in ihren Tiergeistformen. Ich sehe die Leute wieder in den Gruppen. Toll, so ein Müll. Wer braucht denn sowas? Aber lasst euch mal nicht täuschen. Die Teile sind eigentlich richtig stark, beziehungsweise richtig brutal, wenn man das so nennen will. Ach komm, wir zeigen es euch trotzdem. Wenn ihr mal hier guckt. Boreos kommt auf 3.635, ja. Das ist doch ne fette Sache. Den könnt ihr mit Lugia jetzt gleichsetzen. Und er ist hier vom Typ Flug. Vielleicht ein gutes Flug-Pokemon als Flugangreifer. Reinen Flugangreifer, nur von einem Typ. Kann man gut finden, muss man nicht. Voldelos kommt auf 4.100. Typ Elektroflug. 4.137. Das sind schon Mewtwo-Werte, ja. Das ist doch heftig. Aber mein Liebling sowieso von den dreien. Demeteros in der Tiergeistform. Und der kommt auf 4.434. Der überholt Mewtwo, also locker. Geht schon Richtung Letterking. Aber ist wenigstens dann nützlicher als Letterking. Der hat dann Boden und Flug. Also, die Leute, die sagen, boah, das ist doch totaler Müll. Ich bin beeindruckt auf jeden Fall von den WP, die die erreichen können. Das war aber trotzdem noch nicht alles. Wir haben noch einen ausführlicheren Bericht dann dazu. Was hier aber noch steht, Pokémon häufiger in der Wildnis. Mantax, Voldoball, Shamjan, Hopspross. Und erstmals Quabbel in der Wildnis, welches bisher nur als Kampfbelohnung erhältlich war. Also, es wird Quabbel in der Wildnis geben ab dem 1. März, wenn diese neue Jahreszeit beginnt. Quabbel in der Wildnis, das wird auf jeden Fall heftig. Jetzt, wo ich mir schon 20 getauscht habe, teuer mit den Leuten, die die in der GBL erarbeitet haben, weil ich selber nichts kann. Jetzt einfach in der Wildnis. Ihr seht eigentlich, es entgeht euch nichts. Ihr kriegt alles irgendwann. Irgendwann ist halt das Wrestler Pikachu auch in der Wildnis. Das wäre doch heftig. Dann werden noch ein paar Eier geändert. Das ist jetzt irgendwie uninteressant, wenn ich hier nur sehe in den Kader und Marmolita, den 10 Kilometer Eiern. Äh, okay, braucht man nicht. Sonstige Boni, Spezialforschung, sonst was. Dazu kommen wir gleich in einem ausführlicheren Artikel. Denn das war das, was die ganze Zeit bekannt war, ich aber noch gar nichts dazu gesagt habe. Wenn wir den jetzt aber wegmachen, dann kommen wir dann mal hier hin. Go, Raid-Borse, Forschungsdurchbrüche und mehr im März. Dann habt ihr die ganze Übersicht für den März, was ja die Leute immer interessiert. Auch mit den Raid-Borzen, mit den Spotlight-Stunden und mit dem Forschungsdurchbruch. Und diesmal Forschungsdurchbruch, kaum mal hart. Im März. Jetzt ist Relaxo drin. Im März kommt kaum mal hart rein. Ist, meiner Meinung nach, sinnvoller und nützlicher auch als Relaxo. Vor allem, weil Relaxo war jetzt einen Monat drin. Ihr konntet ihn dreimal als Nicht-Shiny abholen. Und ihr hattet einmal die Gelegenheit, sozusagen, auf dass er Shiny sein konnte. Weil er ja erst am Kando-Tag als Shiny released wurde. Und ihr habt dann einmal die Chance gehabt, so einen Relaxo als Shiny vielleicht euch abzuholen. Bei Kaumalart habt ihr von Anfang an viermal die Chance. Und Kaumalart mit gutem EV, heftiges Pokémon, ansonsten Bonbons sammeln und euch werden einfach viermal Kaumalart geschenkt. Ist doch eine gute Sache. Viele brauchen das nicht mehr, aber ist auf jeden Fall nützlicher als Relaxo oder als Evoli, was da sonst immer so drin war. Wie findet ihr den Forschungsdurchbruch? Spricht euch das an? Spricht euch das nicht an? Ansonsten, hier, legendäre Raid Wars im März. Notiert euch die Daten, schreibt euch das wieder in euren Kalender rein. Vom 1.3. bis 6.3., ihr seht, das ist gar nicht so lange, kommt Demeteros zurück. Aber erstmal diese normale Form, die Inkarnationsform, ja. Auch in seiner schillernden Variante. Also das Shiny ist verfügbar. Und das finde ich sehr cool, denn früher hast du so einen Teil einen Monat lang in den Raids gehabt. Und es war einfach totaler Schrott, totaler Müll. Jetzt kommt es nur fünf Tage in die Raids sozusagen. Und auch noch als Shiny. Also Leute, die das gar nicht haben, können das bequem mitnehmen und haben vielleicht noch ein Shiny mitgenommen. Also 1.3. bis 6.3. Demeteros. Und am 6.3. bis 11.3. wird er gleich wieder abgelöst von Boreos. Boreos, 11.3. bis 16.3. immer alles um 8 Uhr, kommt Voldolos. Voldolos, finde ich, sieht hier am coolsten aus als Shiny. Bei den anderen erkennt ihr fast wieder gar keinen Unterschied. Und dann fangen die schon an am 16.3. bis zum 30. Voldolos in der Tiergeistform, wie ihr hier seht. Der ist auf jeden Fall heftig. Das war der, der auf 4.100 kommt. Also nachdem sie die wiederbringen, aber als Shiny releasen, hauen sie danach auch noch direkt die Tiergeistformen raus. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, denn die waren ewig nicht da. Es sind drei neue Shinies. Und in dem Sinne auch drei neue Pokémon dann in Form der Tiergeister, die eben auch heftige WP erreichen können. Ab 30.3. dann Boreos. Steht noch nicht da bis wann, aber man kann ja schlussfolgern, dass sobald Boreos dann weg ist, natürlich dann Demeteros in seiner Tiergeistform kommt. Was ja dann das Heftigste von den dreien ist. Könnt auch mal reinschreiben. Freut ihr euch auf die Shinies? Habt ihr schon alle drei? Hey, normal. Fehlt euch sowieso eins von den dreien? Oder sagt ihr, ja, nö, ich nehm nur die Tiergeistform mit oder irgendwas? Schreibt mal irgendwas rein, wie auch immer. Mega Pokémon in Raids. Vom 1. bis 16. Mega Turtok, Mega Tauboss, Mega Ampharos. Also Turtok kommt wieder. Sind halt jetzt wieder alte Bekannte dabei. Ab 16. Hundemon, Rexblizzard, Ampharos erhältlich. Also Hundemon wieder, Rexblizzard. Ampharos ist jedes Mal dabei. Außerdem wurde ein weiteres Mega-Pokemon als Überraschung angekündigt. Vielleicht jetzt Mega Stolos. Ha? Das ist ja das, was man als letztes so mitgesehen hat. Raid-Stunde. Da auch wieder. Wichtiger Punkt. Es wird jeden Mittwoch wieder eine Raid-Stunde geben. Ihr wisst, wir machen da immer die Raid-Mania draus. Ich lasse mich eine Stunde von euch einladen. Ihr könnt Raid-Mania-Punkte sammeln. Und am Montag, dem 15. März, notiert euch das auch, wird es eine zusätzliche Raid-Stunde geben. Was ist am 15. März? Das geht hier, das geht da. Das ist 11 bis 13. Also meiner Meinung nach ist das wahrscheinlich dann eine Raid-Stunde mit Voldoloss. Weil vielleicht, wenn das kommt, das am Mittwoch drin ist und das am Mittwoch auch drin ist, aber dann das andere kommt und eben nicht am Mittwoch drin wäre und deswegen sie am Montag das machen, bevor das wieder wechselt, so ungefähr. Also so haben sie es ja beim letzten Mal gemacht, als Soikun kam und eben so kam, dass das gar nicht über den Mittwoch da war und keine Raid-Stunde hatte, aber die anderen eine Raid-Stunde hatten. Also vielleicht schütteln die das so rein. Ganz genau weiß man es nicht. Vielleicht packen sie auch an dem Tag was ganz anderes rein. Lassen wir uns überraschen, aber ich denke mal, es wird damit mit den Zeiträumen von den dreien zu tun haben, damit jeder von denen auch wirklich eine Raid-Stunde bekommt. Nehme ich natürlich gerne an. Vielleicht schaffen wir es, die Shinies auch im Stream zu bekommen von jemandem von euch, von euren Einladungen. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Bringt Abwechslung rein in die Raid-Mania, auch wenn das nicht die Heftigsten sind. Die anderen heftiger sind aber trotzdem als Shiny. Also zusätzliche Raid-Stunde nochmal. Freue ich mich. Gibt es Montag dann also auch wieder eine Raid-Mania. Und abends direkt danach Chill mit Ramses. Am 15. März. Dann wurde ja schon angekündigt, jetzt am Wochenende ist der... Vor allem jetzt am Wochenende. Ich dachte, es ist am 28. Was ist heute? 25. Ne, das passt. Am 28. 20. ist ja dieser Raid-Tag mit den drei legendären Vögeln. Ja, Lavados, Zapdos, Arctos. Ich hätte mich zwar gefreut, wenn es ein Mewtwo-Raid-Tag wäre. Jetzt sind die drei Vögel da von 11 bis 14 Uhr. An jeder Arena sind die drei Vögel drei Stunden lang. Müsst gucken, an welcher Arena welcher ist. Könnt ihr auf jeden Fall zocken. Und es wurde auch angekündigt, dass Giovanni wiederkommt und eine Spezialforschung mitbringt. Und eine Überraschung hat und ein besonderes Pokémon mitbringt. Und alle so, was? Das muss ja was Neues sein. Die drei Raubkatzen waren schon. Die Vögel waren schon. Ho-Oh. Lugia. Andere kamen gleich mit. Dialga. Palkia. Was komplett ausgeschlossen war. Und was packt er wieder rein? Was holt er zurück? Die drei Vögel. Da bin ich persönlich richtig enttäuscht. Jeder, der aktiv spielt, hat sozusagen schon zwei Arctos. Hat schon zwei Zapdos. Hat schon zwei Lavados als Krypto. Wer nicht so aktiv spielt, hat vielleicht sogar fünf davon. Weil die ja immer das eine verschwitzen und dafür das andere zehnmal mitnehmen. Was ich eigentlich auch komplett komisch finde. Ich hätte lieber eine volle Sammlung als, mir fehlt eigentlich alles und ich heule den ganzen Tag rum. Ha, das habe ich nicht. Kann mir das jemand tauschen? Aber ihr könnt keine Krypto-Pokémon tauschen. Das geht nicht. Ähm. Also, was steht überhaupt hier? Die legendären Vögel ziehen wieder bei Team Go Rocket ein. März macht Arctos den Anfang. Genau jeden Monat ist das dann. Ihr habt den ganzen Monat März Zeit, die Spezialforschung mit Giovanni abzuschließen und ein Krypto Zapdos zu bekommen. Im April könnt ihr ein Krypto-Lavados bekommen. März, Arctos. Achso. Naja. Ich muss auch mal richtig lesen. März, Arctos, April Zapdos und Mai Lavados. Ja. Hier steht es davor und hier steht es dann immer dahinter. Hier kommt ja eh alles rein. Ihr macht, wenn ihr seht, da ist eine Spezialforschung, dann schließt ihr die ja eh ab und nehmt das mit, was da drin ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich beginne die zwar im März, schließe die aber erst im April ab, sodass kein Arctos drin ist, sondern ein Zapdos und ich dann im April die Zapdos auch noch beginne, sodass ich zweimal die Chance auf Zapdos habe. Also theoretisch könnt ihr das ja immer ein bisschen überlisten. Frage also an euch. Werdet ihr jeden Monat das jeweilige Krypto-Vöglein abholen? Oder lasst ihr bewusst eins aus und schließt das erst im nächsten Monat ab, sodass ihr theoretisch zweimal Zapdos bekommt. Oder dass ihr zweimal Lavados bekommt. Ihr könnt ja auch Arctos euch abholen und Zapdos auslassen, um zweimal Lavados zu bekommen. Ich würde, wenn, dann würde ich zweimal Zapdos nehmen. Aber ich glaube, ich nehme jedes einmal mit und dann ist gut. Und, ne, hat man nicht so viel Stress. Außerdem bereits hier Raid-Tag mit Rocket-Events, Spezialforschung und so weiter. Super Rocket-Radar. 11 Uhr, März-Ankündigung. 12 Uhr. Mhm, mhm, mhm. Steht auch wieder da. Wir haben schon wieder so viele Events angekündigt. Du blickst eh nicht mehr durch. Ein Raid-Tag mit Rocket-Events. Wo auch vermehrt Rocket-Rüpel da sind. Was hat ein Raid-Tag? Ist jetzt während dieses, während die drei Vögel da sind, zusätzlich überall Rocket-Rüpel? Ihr könnt euch doch nicht auf beides konzentrieren. Ich dachte, dass das Rocket-Event ist einen anderen Tag als da, aber irgendwie scheint das ja auch irgendwo zusammen zu gehören. Vielleicht ist das ja auch zusätzlich und gehört gar nicht da dazu. Also doch, Luke, ja. Ist auf jeden Fall sehr verworren. Rampenlichtstunden. Schreibt ihr euch auch auf. Und 2. März Krabbi. Doppelt Verschick-Bomb-Boms. Krabbi auf jeden Fall sehr cooles Pokémon. 9. März Traumado. Doppelte Entwicklungs-EP. Ja, finde ich Krabbi trotzdem cooler. Voldoball. Doppelter Fangstern-Staub am 16. März. Voldoball. Richtig nice. Und doppelt Fang-Staub. Ich glaube, das ist die coolste Stunde in dem Moment. Dann habt ihr Gehweiher mit doppelt Fang-EP. Braucht kein Mensch. Schneckmark mit doppelt Fang-Bonus. Braucht kein Mensch. Also, die ersten drei finde ich auf jeden Fall cool, weil die auch als Shiny da sein können. Aber Voldoball. Mein Favorit. Dann Krabbi. Dann Traumado. Dann Schneckmark. Und dann Gehmeyer. Gehweiher. Das wäre von meiner Auflistung her das. Test der neuen Bonus-Stunden. Im März werden neue Bonus-Stunden getestet. Was ist das schon wieder? Am Donnerstag. Donnerstag 18 bis 19 Uhr immer. Jetzt habt ihr Dienstag immer Spotlights. Ihr habt Mittwoch immer Raid-Stunden. Dann gibt es Bonus-Stunden am Donnerstag. Auch immer von 18 bis 19 Uhr. Am 4. März eine Go-Rocket-Stunde. Team-Go-Rocket-Ballons erscheinen häufiger. Wäre das eine Stunde lang, jeder Stop ist ein Rübel. Das ist die Go-Rocket-Stunde. Das wäre doch cool. Rocket-Ballons erscheinen häufiger. Ja, häufiger. Eigentlich alle sechs Stunden. Dann vielleicht mal was, alle vier. Dann jetzt. Jede Stunde. Das heißt, die Stunde fängt an. Du hast einen. Und nach der Stunde kommt der nächste. Und dann hast du zwei gemacht. Du willst immer sagen, du schießt einen Ballon weg. Und es kommt direkt der nächste. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Lass mal es auf uns zukommen. 11. März. Mega-Boni-Stunde-Bom-Boms. Du verdienst mehr Fang-Bom-Boms, wenn das gefangene Pokémon mit deinem aktiven Mega-Pokémon einen gemeinsamen Typ hat. Finde ich eigentlich uninteressant, ja. 18. März. Mega-Raid-Stunde. Mega-Rades finden häufiger statt. Finde ich eigentlich auch uninteressant. Ich meine, das klingt dann... Die Mega-Raid-Stunde ist wohl dann dasselbe wie die Raid-Stunde. Nur nicht, dass da der aktuelle Fünfer drin ist. Sondern, dass da Mega-Rades drin sind. Aber ich glaube nicht, dass sich da eine Raid-Mania lohnen würde. Wo man sich eine Stunde hinsetzt und darauf wartet. Dass irgendwelche Leute random für irgendwelche Mega-Rades einladen. Weil... Weiß ich nicht. Wenn ihr Bedarf habt an einem bestimmten, dann könnt ihr den ja so machen und können die Energie davon mitnehmen. Damit ihr das entwickeln könnt, was ihr am coolsten findet. Die sind die ganze Zeit da. Die wechseln zwischendurch mal. Dann kommt der wieder, dann wieder der, dann wieder der, dann wieder der. Also die Fünfer, die sind nun mal da und sind dann weg und kommen ewig nicht mehr. Da nimmt man gerne mit. Aber eine Mega-Raid-Stunde habe ich jetzt persönlich kein Interesse großartig dran. Weitere Events, auch noch angekündigt. 9.3. bis 14.3. Auf Legenden-Suche. Auf der Suche nach legendären Pokémon mit dem Kombass Pokémon Nasknet. Jetzt stand irgendwo Shiny Nasknet. Hier sieht man nichts davon. Aber kann natürlich sein, dass das auch wieder released wird als Shiny. Was natürlich auch sehr cool aussieht. 14.3. Rauchtag mit Psycho- und Stahl-Pokémon. Mehr Pokémon vom Typ Psycho- und Stahl werden vom Rauch angelockt. Unter anderem auch Tarnel. Der große Rauchtag. Wer kennt es nicht? 16.3. bis 22.3. Potzblitz. Ein völlig neues Event mit Elektro-Pokémon. 24. bis 29. Wetterwoche. Mehr wetterbezogene Pokémon in der Wildnis und neue Artikel im Shop. Wetter, Wetter, Wetter. Ähm. Ja. Okay. Äh. 27. bis 28.3. Spezial-Raid-Wochenende mit legendären Pokémon. 27. und 28.3. Was ist denn da gerade da? Also theoretisch ist er ja das Voldolos in seiner Tiergeistform noch da. Wenn das jetzt ein Spezial-Raid-Wochenende ist mit legendären Pokémon. Ist das dann wie ein Raid-Harg für dieses Vieh? Oder wird das ausgegrenzt, dass das Vieh da ist? Und sie bringen ein anderes? Wenn sie, wie sie gesagt haben, ja, ho, oh, Luke, ja, sind wir übers Raid-Wochenende da. Da bringen wir dann Palkian Dialga als Raid-Wochenende. Also ist so viel noch offen, wo man nichts Genaues dazu sagen kann. Trotzdem. Ein Event auf das nächste. Ein Event im... Im bestehenden. Während ein Boss da ist, kommen noch fünf andere dazu. Dann hier und dort und jenes. Also es geht wieder kunterbunt weiter und man wird komplett zugemüllt und zu überschüttet. Tragt euch die Daten einfach alle mal ein. Ich mach's auch immer so. Handy, Kalender, zack. Jeden Dienstag schreibe ich mir die aktuelle Rampenlichtstunde dann hin, welches Pokémon drin ist. Dann erübrigt sich auch, dass jeden zweiten Tag die Leute fragen, was ist am Dienstag eigentlich in der Rampenlichtstunde? Was ist am Dienstag eigentlich in der Rampenlichtstunde? Weil es kommt einmal ein Artikel im Spiel. Die lesen den durch, wissen das. Und am nächsten Tag wissen sie nichts mehr von dem Artikel. Und so weißt du dann auch eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen später nicht mehr. Was war jetzt als nächstes? Deswegen ist gar nicht so verkehrt, wenn man sich das mal irgendwie notiert. Kostenlose Boxen. Im März gibt es wieder jeden Montag im Shop einmalig eine kostenlose Box. Eine kostenlose Box. Diesmal mit zehn Hyperball, zehn Himibären und einen Fernredpass. Da geht's dann auch wieder los. Hä, warum, warum hab ich die Box nicht im Shop? Warum, wo ist die Box? Wo ist die Box? Wenn dann ab 22 Uhr, guck da mal rein. Ab 22 Uhr tut sich immer was. Also vorher braucht ihr nicht gucken. Und es muss nicht in jeder Box ein Fernredpass drin sein. Es kann sein, dass eine Box nur mit Bällen kommt. Eine Box nur mit Bären und eine nur mit Pass. Oder es ist alles in einer. Und die kommt halt jedes Mal genau mit diesem Inhalt. Meckert aber nicht. Niantic muss euch gar nichts schenken. Macht es aber trotzdem. Und ihr beschwert euch dann noch, wenn ihr zu wenig kriegt, sozusagen. Nix gut. Weitere Call-Updates angekündigt. Was auch immer das ist. Achso, ja. Xl-Bomb-Boms. Es wurden einige Änderungen angekündigt mit dem Ziel, das Sammeln von Xl-Bomb-Boms für alle Spieler leichter zu gestalten. Und dafür hasse ich Niantic jetzt schon. Künftig wirst du beim Tausch von Pokémon eine Chance auf Xl-Bomb-Boms haben. Die größer der Abstand der Fangorte bei der Pokémon ist, desto größer wird die Chance auf ein Xl-Bomb-Boms sein. Sehr gute Sache. Beim Spazierengehen mit deinem Kumpel gibt es ebenfalls eine Chance auf ein Xl-Bomb-Bom. Sehr gute Sache. Beim Fangen von legendären, mysteriösen oder entwickelnden Pokémon erhältst du zukünftig garantiert ein Xl-Bomb-Bom. Spitzensache. Aber Gottverdammt, warum kommt ihr jetzt damit? Ich habe jetzt 500 Mewtwo-Raids gemacht und aus den 500 Mewtwo-Raids 90 Xl-Bomb-Boms bekommen. Und dann ist Mewtwo weg. Ich habe keine Ahnung, falls ich das 100er noch bekomme, wie ich das wirklich auf Level 50 pushen soll. Aber sobald Mewtwo weg ist, gefühlt... So, und jetzt kriegt ihr jedes Mal, wenn ihr ein Mewtwo machen würdet, ein Xl-Bomb-Bom, wenn ihr es fangt... Dann wären das schon 500 Bon-Boms. Da hättet ihr schon gleich zwei auf Level 50 ziehen können. Vielleicht ein Krypto und ein normales 100er. Ja? Nein, sie... Warum führen sich sowas nicht einfach direkt ein? Komplett am Anfang. Ja, es gibt jetzt so Xl-Bomb-Boms. Wenn ihr legendäre catcht, dann kriegt ihr sowieso eins garantiert, weil... Nicht jeder macht Raids und nicht jeder schafft Raids und nicht jeder fängt das dann aus dem Raid. Aber die, die wirklich täglich ihre Raids machen und ihre Pokémon fangen und Skills haben und sonst was... Es gibt keine Skills, ich weiß. Die kriegen auch garantiert immer ein Bon-Bom. So, du machst 10 Raids, fängst 10 Dinger und kriegst kein einziges Xl-Bomb-Bom. Whack. Und dann? Ja, immer wenn ihr jetzt eins fangt, habt ihr direkt ein Bon-Bom. Mann, sind wir schlau. Mann, seid ihr dreist, dass ihr das dann jetzt macht. Wo wieder Pokémon dann kommen, die nicht so krass sind. Oder wo man sozusagen auch wieder komplett bei Null anfangen muss. Ja. Wo man gar nichts hat. Wo man dann 300 Raids machen müsste, um 300 Xl-Bomb-Boms zu haben. Aber beim Mewtwo, wo man das gerne gemacht hat zum Beispiel, oder wo viele das gemacht haben oder gesucht haben, da natürlich nicht. Es fällt euch jetzt ein. Das finde ich halt richtig, richtig dumm einfach nur. Ansonsten, diese Neuerung, dass das da garantiert ist, sehr, sehr cool. Freut mich. Über die Boxen freut ihr euch sicherlich, was das mit den ganzen Events ist und sein wird. Sehen wir noch. Shiny Nasknet, freue ich mich aber trotzdem. Bonus-Stunden ist für mich an sich jetzt eigentlich nicht wirklich was dabei. Also interessiert mich nicht so. Voldo-Ball für mich. Lieblings Rampenlicht-Stunde, gefolgt von Krabbi Traumado. Dann werde ich mir von den drei Vögeln nochmal jeden einmal gönnen. Ihr könnt hier mal reinschreiben, wie ihr das macht. Holt ihr euch auch jeden einmal oder lasst ihr einen aus und holt euch dann den zweiten zweimal. Was ist eure Lieblings-Rampenlicht-Stunde? Wie findet ihr die neu angekündigten Raid-Bosse? Habt ihr schon die drei komischen Wolken? Fehlt euch eine der Wolken? Habt ihr schon alle Wolken und braucht nur die Shinies? Freut euch auf die Tiergeist-Form? Was sagt ihr zum Feldforschungs-Durchbruch? Kaumalad, ihr seht. So vollgepackt. Der ganze März wird wieder fett. Jetzt wird es wieder wärmer. Man darf wieder rausgehen. Vielleicht. Also der Park ist wieder voll mit lauter Biers. Das war es von meiner Seite aus. Und heute 18 Uhr. Raids für Zuschauer mit, jetzt wollte ich kaumalad sagen, mit Kangama. Ansonsten Peace Out. Guckt euch die nochmal an. 3, 6, 4, 1, 4, 4. Ja gut. Äh, Peace Out, vorhaut euer Ramses.